Aber die Könige, die sind in einem anderen Schloss? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und die Könige, die kann endlich ihr magischen Spell bringen und die Licht zurück in die Welt bringen. Licht zurück in die Welt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was passiert hier? Alles in der Hell hier! Ich erschieße es, ich erschieße es, ich erschieße es, ich erschieße es, ich erschieße es! Es ist so bunt! Ich muss es erschießen! Ich schieße es, ich schieße es! Anybody feel like blowing up a space station? Hell yes I do! Uh oh. Yep. Hmm. Headed back into the race plan. Back once again into the world of blood and insanity. They've taken an old food and vacation time. Shh. Goodbye. And in the days to come, they'd think of their fallen friends. Of the adventures they shared. Both real and imaginary. And they'd remember that no matter how bad things got. They were never truly alone. So long as they had each other. I love you guys. Wow. Said something stupid and ruined everything. Yeah. Doch. Was super. DLC. Sorry. Der beste eigentlich. Der beste bis jetzt ja. Und es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr. Let's blow up the moon base. Ja genau. Jaja das ist es halt. Ist der nächste DLC auf jeden Fall. Der nächste Mission. Der wird in drei Wochen angekündigt. Das Hust-Hust hab ich jetzt einfach mal überhört. Woher das wieder? Wer weiß. Ich will es gar nicht wissen. Du kleiner Spion du. Wir haben übrigens jetzt den ganzen Seitenstrang ausgelassen. Und ich genau da mit dem Spoiler. Das ist gut. Das ist super. Ich finde es wirklich gut. Kein Problem mit. Mir wird aufgefallen. Also die dann... Hä? Was fehlt da noch? Das kann's alleine spielen. Das ist wirklich aufgeklärt. Das hab ich gerade Jadipha Lopez gelesen. Ja. Doch. Der ist super. Der DLC. Ja. Der Queen. Hallo. Ja. Hab ich die Screenshot gemacht. Und werde es jetzt ohne Spoiler-Text posten. Boah. Und. Cut. Ne. Da kommt bestimmt noch was. Man muss ja aber die Credits durchlaufen lassen. Da kommt bestimmt noch was am Schluss. Ja. Das mach ich auch immer im Kino. Bleib ich auch immer sitzen. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Bei Superheldenfilmen musst du es sogar machen. Da kommt nicht auf jeden Fall noch was. Immer. Jedes Mal. Wie der Nick fühlt sich auch aus. Wolverine. Ah. Oder was? Thor 2. Spider-Man 2. Na gut. Spider-Man nicht. Mag den neuen nicht. Der neue. Der neue ist super. Na. Na. Den haben wir auch nicht. Mag mich. Der Lars mag so so gar nichts. Deswegen spielt er ja einen kleinen Mann mit Hut. Ich hab einen neuen Kopf gekriegt und du. Du brauchst auch einen neuen Kopf so hässig wie du aussiehst. Ja. Du hast keinen. Ah. Hier auch die Synchronisation von Dead Vault Hunter XX. Ne. 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 E-Quality Assurance, Vice President of Quality Assurance, Alex Plakowski. Yoshi, da ist Yoshi. Steven Yoshi Florida, schöner Name. Yoshi. Jetzt hab ich schon wieder voll Bock auf Super Mario. Moment, am TS in der Hand. Auf Wii U. Ja, oder das, kann ich auch. Ich überlege ja gerade am 9. dann doch mal einfach rüber zu fahren für den Tag. Runter, guck mal. Äh, äh. Wann hört's auf? Ich weiß nicht, das ist ziemlich viel, kann man das irgendwie abbrechen? Vorlauf-Text. Kann bestimmt nur Lars, weil der Horst ist. Äh, der Horst macht nichts. Der Horst ist da. Der Horst. Es ist sowieso gerade Fisch & Chips. Fisch & Chips? Was? Ja. Sind wir in England? Äh. Man hat das schon, oder? Ist ja wieder nicht. Äh. Das ist Wetter. Es ist Fisch & Chips in deutscher Qualität. Das heißt, du hast also Chips mit Fisch & Chips Geschmack? Äh, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ist aber normal. Aber es ist doch schon was Gutes. Du kannst dann auch ein bisschen früher weg jetzt gehen. Ist sowas. Oder? Ja, ich muss nicht früher weg. Das ist ja das Witzige dran. Ja. Ich könnte. Aber ich muss nicht. Man, wie lange läuft das doch hier? Ja. Die ganzen komischen Lio-Zang-Zung-Zang-Ning-Tchung-Xing-Quin-Quin-Quin-Sue-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li. Ich habe in der offenen Ganztagsschule gearbeitet. Meine Geduld ist heute unnötig. G-Net, Chris Jones, XSPR. Ist das ein Name? Was? K-D-N-E? Hä? Ich glaube das sind irgendwelche Dinger. Lazy Amacusi. Das sind besonders sadistische Eltern. Das gibt es auch tatsächlich. Das ist ein Paralympathion in der Tasche. In der Zeitraum weitergeht. Ja, bei ihm. Bei dem? Bei wo? Bei was? Ach, bei dem ja. Hey Roland. Ja, ich bin ziemlich gut. Shorty, du so best. Ach ja, im Übrigen. Time's up. Ja, ich bin ziemlich gut. Was hast du noch bekommen? Spring! Spring! Nicht! Nein! Und da fällt er da hin. Da nieder. Du bist eigentlich ständig mit dem, äh, sag schon. Aber du bist mit einem Boom gestorben, sehr schön. Ja, wenn dann richtiger Abgang. So, jetzt können wir den Seitenstrang hier noch machen, genau. Collect Rumpets. Bastalin, start mich an. Geronimo! Ich dachte, das ist so hoch. Aber, aber Endfall, ich kann mir dir nicht vorstellen, wie du den alleine schaffen willst. Kommt auf den Charakter an. Und ausgesucht. Ja, du kannst nicht mit jedem Charakter spielen. Mit dem Sniper geht er auf jeden Fall nicht. Nee, Sniper wirst du wahnsinnig. Ist ja noch ein... ja. Äh, wir müssen, glaube ich, in die Lair of Infinite Agony für den letzten Brotgruben. Ah. Also. Tick. Tock. Ich würde ja sagen... Ich hab keine Ahnung, was ich sagen muss. Das ist kein Problem, das... Das ist von zwischen Chaps abgelenkt. Das, das, das kenn ich. Hier seht ihr die Nebenquest. Ich seh sie nämlich jetzt. Da ist tatsächlich noch ne Quest. Hab's ja gesagt. Billi aber nicht. Weg! Und wir wollen doch diesen letzten Brotgruben, der da hinten irgendwo in der Ecke klebt. Und die Tür ist jetzt offen. Ja, die waren vor mir. Kann ich euch hier irgendwie followen? Nein. Oh oh, was? Aufzug! Tschüss! Was? Unholy Negro, ich will hier wieder weg. Tüte. Unholy Negro? Ja. Hm. Jetzt sagt es, ich muss da runter. Aber erst sagt es hoch. Unholy Negro ist irgendwie redundant. Ah. Ich muss da irgendwo hin. Moment. Ich guck mal kurz. Er ist oben. Hier ist ein Aufzug. Nein, ich bin vorbeigeflogen. Ich muss bin vorbeigeflogen. Dann kann er vorbeifliegen und kann es einsammeln. Ich will nochmal. Ich will nochmal springen. Ich will nochmal springen. Juhu. Nein, nicht der blöde. Blöde ganz Dörker hier. Äh, äh, äh. Nein. Nein. Ich steig dir auf den Kopf. Nein. Ich steig dir auf den Kopf. Tina, du sprachst mit drei grownen Menschen, die nur ein paar immaginärische Krumpets, weil sie dachte, es wäre lustig. Es gibt keine solche Dinge als Adultheid. Ich... 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 Du weißt, was ich jetzt mache. Ha ha ha! Zerquetscht worden vom Aufzug. Ha ha ha! Zerquetscht worden vom Aufzug. Ha ha ha! Oh, den wurde gerade vom Auf... vom Fahrstuhl zerquetscht. Ja. Fixed local. Oh, den Dickkopf. Da kommt irgendwas. Ja. Fliegespinnen. Ich bin euch gerade an. Freeze gone! Ach Gott, mach mal wer mit. A suuuu ... Explosive Spinner. Eee, das so anfängeln muss... Blinkt jetzt. Watt, 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 watt ... Ja hier. Was machen wir denn da. Ob schon, dass ist rot. Jetzt ja... Ah, jetzt habe ich schon rausgelassen. Stacking Anakin. Stacking Anakin. Lightning Ball! Explosionen! Ach das ist der World Ball. Eew ew ew, tiny. 3 erledigt, sehr schön. Ah, ok, ich weiß, wo wir da jetzt hinlaufen. Ja, Harry hat doch gesagt, wir müssen los. Hä, in jedem DSP gibt's einen. Wohin denn jetzt? Ich guck gerade wo das ist. Wo müssen wir denn hin? Aber... Nee. Wer stimmt? Ich weiß, wer der Wolfoss ist. Okay, ich weiß, wer der Wolfoss ist. Ziemlich genau dann der, wo ich dachte, der jetzt ist. Aus dem Spoiler. Ok, da macht's Sinn. Also, wo findet man den Wolfoss denn? Da, ne? Ist doch egal. Mein mir. Spoiler sind mir egal. Ralf nicht. Ja? Was? Oh, doch. Unstable Spider. Was? Eine instabile Spinne. Oh, kommt noch mehr. Never something killing! Never! Never something killing! Never! Ich könnte dir jetzt... Ich könnte dir jetzt helfen, aber... Dann schieß ich dich wieder tot. Deswegen machen wir das einfach so. Boing! 3, 2, 1... Boom! Irgendwie... Hier hinten muss das sein. Ich weiß nicht, wie man hinkommt. Irgendwann schmeißen wir uns Sachen. Das ist mir aufgefallen. Ach, da oben ist die Skelette wieder. Da oben ist die Skelette wieder oben weg. Au! Robot 1. Ugly Zero. Ist okay. Hm... Irgendwas hat mir meinen... Kill da oben geklaut. Ja... Könnte nicht gewesen sein... Jetzt bin ich auch... Das wird diesmal nix. Diesmal wird's nix. Ja... Aber... Das ist auch mal schön. Bin ich auch mal drauf gegangen. Muss auch mal sein. Ich auch. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Ich bin stark verwirrt. Ja... Ich glaube ich weiß wo der ist. Bei mir. Bei mir. Wie ist der bei dir? Bei dir. Ach klar. Gehen wir einfach... Achso. Ja, ich würd gern gehen, aber... Gehen ist halt so... Du wirst... Die Strahlen werden gekreuzt. Bei dir. Nicht die Strahlen kreuzen! Wah! Gehen wir denn jetzt? Der Lars sagt immer bei mir, aber irgendwie... Ja. Ist das doch hier? Ja. Lightning Bolt! Nein! Zwei reflektierende Drecksviecher! Das ist ein Lightning Bolt. Das reflektieren die nicht. Explosionen... Aber auch nicht. Das hängt gar nicht so. Das ist mit den Fallen hier. Ja, die Fallen haben wir vorher geschärft deswegen. Au! Gerade eben zumindest. Ja. Das hat grad nen scheiß Rhythmus und dann stirbst du 100% drin. So. Ich glaub das ist das Problem an der Geschichte. So. Dann müssen wir wieder durch. Oder wie sieht's aus? Ja. Da hat grad nen scheiß Rhythmus. Sag ich gleich. Ganz einfach da hin. Untereinander drauf. Jetzt durch da. Nicht blockieren gegenseitig. Okay, ich bin hier links mittel. Aua! Keine Chance. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Wir sind alle drei. Wir sind alle vier. Hahahaha. Hm. Du siehst Toto Partikel. Hm. Hm. Guck mal jetzt, Wops. Wie weit sie kommen. Au, 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 au. Oh. Nein. Geht doch einfach. Runter, 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 runter. Ist das geil. Auf der anderen Seite links. Nein. Wieso bin ich jetzt hier? Das war ja schlecht. Was zahlt ihr? Nein, nein. Was tut ihr denn? Wie oft müsst ihr diesen Scheißhebel noch einen betätigen? Ich mach das mal für euch. Hört auf diesen blöden Hebel zu betätigen. Wenn ich durch bin, kannst du drücken. Ach, sieht doch gut aus. Oh, oh. Äh, da waren wir auch schon. Ja. Wieso kommt das jetzt nochmal? Alles Respawn? Nein. Ich mag keinen Respawn. Das ist voll unlogisch. Weil Tiny Tina ein scheiß Game Master ist. Ne. Best, bester Laaaii. Best, best Game Master ever. Granaten. Ach, der ist ja vor mir. Lass mal ein bisschen rushen. Hier bei mir ist es bei mir. Was rushen? Wohin denn rushen? Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, okay. Ich bin down. Ich muss ganz kurz mal was erledigen. Moment. Bin gleich da, bin gleich da. So, Kabel. Ja, vielleicht meine Skeleton. Ja, ich kann mir. Oh, hier, ich hab's auch dafür nicht. Okay. Äh, wo lang? Wo lang? Da lang. Okay. Folgen sie dem Circa. Wenn ich jetzt in den Arsch schieße. Start extra. Mach Kisten auf. Wie. Mach Kisten auf. Als würdet ihr das nicht keinen Spaß machen. Aber du müsstest eigentlich einen Rogue spielen. Ja, leute ich. Ich bin hier auf dem Rogue. Mit Mütze. Mit Melone, bitteschön. Mit Melone, bitteschön. Mit Melone. Ja. Ich schieße noch ein bisschen nach hinten. Lightning Bolt. Lightning Bolt. Feuer. Lightning Bolt. Ein Thunder. Bye-bye. Ich denke da oben geht's weiter. Boatoo. 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 Wo geht's denn hier raus? Alter. Oh, ho. Kannst mit jedem Kreis laufen wahrscheinlich. Hihihi. Ich fühle dich. Oh, ein misinformation. Bitteschön. What the. Milano hat's auch erwischt. Was war denn das? Ja, wenn ich meine ich. Ja, wenn ich meine ich. Genau. Bleib mal stehen da. Ich heb dich mal wieder auf. Groß Maul. Zirkel of life! Zirkel of life! Zirkel of life! Hey, gefunden! Dank dem Navigationssystem Thiel! Ich bin Mr. Miz. Wenn du mir einen großen Teil von deinem Geschenk geben würdest, werde ich dir ein Amulet zurückgeben geben. Persönlich hätte ich, wenn ich nur ein Item hätte, um mir zu helfen würde, wäre es dieses Amulet. Ich gebe dir eine Entscheidung. The Fist in the Face! Friendship! Kaufe ich mir! The Amulet is yours. You will discover its purpose in time. The Amulet is yours. The secret lies in Vendias grass. Was machst du denn überhaupt? Ja, es gibt ein Achievement! Shield Recharge Raid, ja. Nein, wir werden mal gucken. Ich habe es gar nicht. Auf welchem Slot ist es denn überhaupt? Das ist auf ein Relikt. Ne, habe ich nicht. Jetzt habt ihr es etwa nicht gekriegt, nur ich habe es gekriegt. Habe es auch nicht, ne? Ich auch nicht. Da liegt es! Da! Das Blaue da. Und jetzt anziehen. The Preachievement. Do it! Do it! Moment! Ich hau es raus. Ich hau es raus. So, lass mal sehen das Ding hier. Ich hab' es raus. Ich hab' es raus. Ich hab' es raus. Ich hab' es raus. Achso, Post-Grumpo-Grumpo-Liptick. Schön nach im den Nahrungsbesen. Aha. Neer ... mmm ... So, äh, ach so, spinn schon wieder ... Ach nööö Hätten sie nicht ratten sein können, oder schlag? einem ... Ich nimm's mit Meine Freundschaft ist für wichtig Ich nimm's mit Du hast keine Freunde Oh, doch Teils sie nur nicht mit jenen das ist auch widerlich Ja, ists in mein Freundship Ist das so verbraucht? Brenne! Brenne! Aua! Irgendwie hab ich doch das Gefühl, dass wir nach... auf eine andere Map kaufen. Kann schon sagen?